Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 24. August 2021. Das Islandfest wurde organisiert, um ein Gefühl von Gemeinschaft auf der Insel zu erzeugen. Es treten berühmte Bands auf wie schreiende Räucherlachse und die Legende von Evil Idible. Schon am ersten Tag des dreitägigen Events waren 50.000 Besucher dabei. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Könnt ihr mir noch mehr verraten? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Hamza Goldenswag-Fase. Der 24. August war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. What the fuck?